Was ist die Artion Installations GmbH? Die Artion Installations GmbH ist ein klassischer Installationsdienstleister für AC-Installation von Wallboxen und AC-Installation von PV-Anlagen, insbesondere bei Privatpersonen. Was ist die Mehrwert der Artion Installations GmbH? Das Ziel ist, dass wir heute mit knapp 50 angestellten Mitarbeitern unterwegs sind. Das Ziel ist, bis Ende 2024 mit knapp 200 Angestellten, Elektrikern, Elektrikermeistern und natürlich dem entsprechenden Backoffice unterwegs zu sein. Das heißt, wenn heute ein Elektriker natürlich einen lukrativen Job an einer Baustelle bekommt, dann wird er immer den Job in der Baustelle vorziehen, im Gegensatz zur Installation einer Wallbox. In unserem Fall ist es so, dadurch, dass es unsere eigenen angestellten Mitarbeiter sind, haben wir die Möglichkeit, die Mitarbeiter über einen sogenannten industrialisierten Prozess zu steuern, mit einem entsprechenden Field Service. Das heißt, die Mitarbeiter sind zu 100 Prozent in unserem Auftrag unterwegs und somit im Auftrag unserer Auftraggeber, ob das jetzt Stadtwerke sind, OEMs, Werkstätten, große Firmenkunden oder aber auch große Energieversorger. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird die nächsten Jahre rasant zunehmen. Das ist geschultert der Sensibilisierung in der Bevölkerung. Das ist des Weiteren geschuldet gewissen Förderungsmaßnahmen von Bundes- und Landesregierungen und natürlich auch der entsprechenden Kommunen, aber auch in der Sensibilisierung von Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit entsprechend fördern und mit Maßnahmen hinterlegen. Arteon ist einer der Player am Markt, die das Thema der erneuerbaren Energien unterstützt. Ganz einfach geschuldet auch der Tatsache der Größe und der entsprechenden Entwicklung neuer Mitarbeiter. Geplant ist, bis Ende 2024 mit 200 Elektrikern, Elektrikermeistern und dem entsprechenden Backoffice an den Start zu gehen. Zudem haben wir einen industrialisierten Prozess. Das heißt, heute ist es so, wir müssen nicht nur Elektrikermeister am Start haben, sondern wenn es um die AC-Installation von Wallboxen geht, können gewisse Tätigkeiten auch von einem normalen Handwerker ausgeführt werden, beispielsweise ein Durchbruch einer Mauer oder das Ziehen von entsprechenden Kabeln. Und im nächsten Schritt ist es dann der Elektriker, der gewisse Dienstleistungen vornehmen muss. Und am Ende des Tages wird es dann der Elektrikermeister sein, der die Dienstleistung dann abnimmt und für diese Dienstleistung dann gerade steht, dass es in der Quantität und in der Qualität genauestens installiert wurde. Und aufgrund dieses industrialisierten Prozesses haben wir die Erfahrung gemacht, sind wir wesentlich schneller, wir sind wesentlich günstiger in der Umsetzung und das fördert natürlich in Summe auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn Sie mehr über ATION und seine Dienstleistungen erfahren möchten, wenden Sie sich gerne an die entsprechenden Kontaktdaten. Wir würden uns sehr freuen darüber. Wir würden uns sehr freuen, das Ganze auf dem Thema. Und im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020